Ja und herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Wir sind ja straight forward auf dem Weg zum Konvoi. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Es hat gar keinen Unterschied gemacht, ob wir den Weg gegangen wären oder nicht. Hatte nicht ganz unrecht. Das sind alle Vehicles. Und das sind Namen, die wir schon gefunden haben. Ich kann sehen, dass wir jetzt auch nicht gefunden haben. Oh, jetzt wird es ein bisschen creepy. Meine Liebe, ich möchte dir versichern, dass unsere Expedition planmässig verläuft und keine weiteren spektakulären Beobachtungen und Entdeckungen gemacht wurden. Wir rechnen mit einem möglichen vorübergehenden Stopp der Wartungsarbeit. Dies sollte jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das Datum meiner Rückkehr haben. Daher, meine Liebe, sei beruhigt und zuversichtlich, dass ich heimkehren werde. Ich möchte jedoch, dass du verstehst, welche bemerkenswerte Entdeckung dieses Isotop für uns darstellt. Wie wichtig es für meine akademische Laufbahn und mein Namen ist, der hoffentlich bald auch deiner ist. Es ist das erste Teilchen mit einem instabilen radioaktiven Isotop, das in der Geschichte der menschlichen Raumfahrt ausserhalb des Sonnensystems entdeckt wurde. Entdeckt von mir. Bitte verstehe das. Denkt darüber nach. In 26 AIF, dem Kind aller Himmelskörper, einer Verbindung, die infolge der Kollision zwei Objekte entstand, sind alle Geheimnisse der Sternenkonjunktion verborgen. Schon in Kürze werde ich mit nur wenigen Nächten intensiver Arbeit in der Lage sein, ihre Masse zu bestimmen. Im Moment weiss ich, dass einer von ihnen ein roter Riesenstern war. In meinen Händen befinden sich Antworten auf Fragen, die seit Jahrhunderten die brillantesten Köpfe beschäftigen und ihre Besitzer animieren, angestrengt in ihre Teleskope direkt auf die CK Vulpeculae im Sternbild Buchs zu blicken. Mit dem Satz, dass ich mich mehr für Sternenkonjunktionen als für zwischenmenschliche Beziehungen interessiere, und mit der Äusserung, dass die Folgen der Kollisionen von zwei Sternen allem überlegen sind, was zwei aus Eiweiss bestehende Wesen jemals erschaffen können, wollte ich nur meine tiefe Bewunderung für die kosmische Harmonie und die mathematische Schönheit der Astrophysik zum Ausdruck bringen. Mehr nicht. Bitte verzeih mir. Dein bald heimkehrender Bier. Ausser kommt die Strahlung von zwei zusammengestossenen Himmelskörper. Verstehe ich das richtig? Ich glaube es. Antimatt. Und da ist ein anderes Mobil Antimatter-Kanon. Ein anderes? Wie ist es? Ist es aktiv? Es ist tot, zufrieden. Ich liebe deine Komponente. Ist das der Punkt? So, von da kam ich gerade. Und dahinter ist jetzt jemand? Hä? Also hier drüben ist hier etwas oder jemand. Und da oben? Nee, jetzt ist es. Ich check's nicht. Oh, shit. Ja. Niemke. Irgendwie... ...sterben alle Leute. Und der ist auch schon lange tot. Ja, da ist auch bloß ein Schädel drin. Okay, der Punkt ist der Typ. Meg 03. Robots. So, hier scheint ziemlich viel los zu sein. Zeig mal die Bilder. Oh shit, sorry. Die Antimatter sind in einem Eskort-Mode. Hm. Ich war da. Das ist der Konvoi mit den gigantischen Kränen. Gerade bevor sie das strange Artifakt auf dem Grundlevel. Ja. Das ist der Konvoi. Und da hängt noch nichts dran. Das ist der Konvoi. Ich glaube das hier oder das. Das war's. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Oh, shame. The transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly see the veil on his face. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Next slide. People rushing out of the tunnel. Running from... Whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing. But also too risky. What I'm trying to say is... I fear for your safety, Yastra. Rightly so. I'd be scared out of my mind if not for our link. I hope we keep it together, sir. One of the anti-mats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only... Darkness. Can't you see what he was aiming for? The season to protect the convoy. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine now with tremendous firepower and it means big trouble. Enemy under 9,999. Total panic. Everyone's trying to escape. Astrogator. The anti-mats new objective is to eliminate. Instead of protecting. What happens next? There's also a second anti-mats. It's shooting into the air. Unbelievable. Both for philosophy. Die Musik verheißt nichts Gutes. The second anti-mats. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Oh shit. I put the arm up get rent. Shooting them. One by one. It's horrifying what an anti-matter beam does of the human body. I'm sorry you have to see this, Jasnah. Weegis 3 doesn't spare you. Who needs such destructive power? This technology puts us on a straight path to annihilation. Well, the Alliance will do anything to feel invincible. Hence their flagship. It's not only them, Astrogator. If I remember correctly, we're not engaged in open conflict. And yet, we too participate in this ridiculous arms race. To the death and beyond. So, ganz kurz, verstehe ich das richtig. Der Anti-Mat ist da reingegangen, kam wieder raus, hat auf die Leute wahrscheinlich geschossen. Und der hier, der noch heil ist, hat ihn wahrscheinlich ausgelöscht. Könnte möglich sein. Was haben sich die Maschinen gegen die Schafe selbst gestellt eigentlich? Das bin ich. Huh? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational. And it could target you at any moment. Huh? Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Oh. Right. Jetzt ist er lebt. Mech vor. Von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben. Also hat er, der böse Antimator, der da ist, ihn zerstört. Und irgendjemanden hinter dem Felsen auch. Niemke Hoffmann gibt's noch drei. Oh Mann, die armen Leute hier. Ob ich sonst noch wen übersehen? Er darf sich einfach nicht bewegen, der. Antimate, sonst hab ich ein Problem. Vor allem, weil er ja noch ein Foto von uns gemacht hat. Was ziemlich weird ist. Und jetzt stellt er sich einfach tot oder ist tot oder ausgeschaltet. Beschädigt. ich weiß nicht. Ja. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge diesen Tunnel an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020